So, okay, das läuft mal, das ist jetzt starten wir jetzt endlich in Skyrim, ja. Mein Gott, mein Gott. Willkommen, ja, ich sag das jedes Mal, wenn ich ein neues Video mache, es ist lange nicht mehr gekommen von mir. Ich meine, ich hab lange kein neues Video mehr gemacht. Naja, auf jeden Fall, willkommen zurück, das sind schon die... Dritte, vierte Aufnahme, ich hab zweimal Left 4 Dead aufgenommen, hab zweimal ein Derbis Rucken gehabt, hab Antti, hätte ich eigentlich sie runtergestellt. Nein, es ist abgestürzt und dann muss ich nochmal neu anfangen und naja. Deine Mama hat Verbrechen gegen das Himmelrand, blubber, ah, gegen das Himmelrand begann. Oh, deine Mama. Na, auf jeden Fall, äh, na, ist das jetzt ein bisschen scheiße gelaufen, ist auch die erste Aufnahme, die hier ein bisschen mit mir allein läuft. Wupp, und der Kopf ist natürlich noch dran. Komm, er hat mir geholfen. Deine Mama hilft dir, Alter. Komm her, Schleichwerbung für Margarine. Natürlich können wir die nicht töten. Oder? Doch, sie ist tot. Ups. Ups. Können wir da oben das Schild irgendwie weghauen? Hä? Lol. Lol, der Armluft, wenn ich hier so... Ah, okay. Ich war das nicht? Nein, ich war das doch nicht. Hey, aufpassen! Oh, Skyrim! Oh mein Gott. Dann nimmt man einfach mal der Tranch-Runde Scheiße auf und dann... Oh, schön. Ich war das nicht. Ich war das doch nicht. Nein, ich doch nicht. Hinten. Wer sieht mich denn? Warte, ich ein Rennen? Nein! Das wollte ich gar nicht! Mann, Mann, Mann! Ups, sorry, Alter. Kann ich den aufnampfen? Ich will den fressen. Ja. Was? Ich hab immer Hunger. Guck mal, das Wasser sieht so schön aus. Ups, ich hab's noch gar nicht getroffen, aber egal. Egal. Ups, ich kann gar nichts sehen. Ja, so sieht's aus, wenn ich Skyrim spiele. Hab ich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, einfach nur. Also, bestimmt schon ein halbes Jahr oder so, nicht mehr. Also, na, Ewigkeiten. Ja, ich bin ein Hundi-Line, guck mich an. Ja, ich kann schwimmen. Lol, so schnell können wir als Wärwolf schwimmen. Was ist ein R für einer? Was bist du denn? Was macht er denn? Ist er behindert? Oh, was macht er denn? Mein Gott. Was hat denn er für ein Problem? Kannst du den mal schlagen? Dankeschön. Na, komm schon. Friss den. Komm schon, friss ihn auf. Dankeschön. Ja, ich bin ein bisschen ruhig in der Aufnahme. Ich merke es gerade selber. Das liegt daran, weil ich gerade der hässliche Bogenschütze hier attackiert. Ja, das macht so viel Spaß. Spaß, ja. Spaß, als wäre Wohl. Guck mal, wie wir die Rumpen kleudern. Wupp, 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 wupp. Essen, friss den auf, friss ihn auf. Guck mal, wie unser Schwanz da hängt. Also, ne? Halt, bitte ruhig. Uuuh, uuh, uuh. Ja, auf jeden Fall. Genau, Alter, genau. Mal gucken, ob wir das bei dem nochmal hinkriegen. Die Göttlichen sind euch holt, mein Freund. Ich war's nicht, Alter. Ich war's nicht, verpiss dich. Ihr seht einen richtigen Krieger vor euch. Zumindest war es bei dem Götter. Bingo, es funktioniert. Ich war das nicht. Nein, ich doch nicht. Ups, verfehlt. 40 nur. Okay. Äh. Vielleicht soll ich mal vor dem Mount Skyrims noch meinen Spaß haben. Ich mein, äh, Himmelsrands. Ich mein, Weißlaufs. Wie gesagt, ich hab das schon voll lange nicht mehr gespielt. Also, ich bin voll durcheinander gerade. So, ich lebe mal mein Handy beiseite. Es dauert das Laden wahrscheinlich wieder 10 Millionen Jahre. Arm juckt. Wie ihr seht, ist das Teil unten, weil draußen ist nämlich ein bisschen Sonnenschein. Und dann sieht man mich scheiße. Also, ne? Das ist schlecht. Also, ne? Das ist ein Schmeid. Oh, komm, sei still. Komm, sei still. Wie gesagt, es ist nur ein bisschen Trash-Runde hier. Hallo, ihr kleinen Cracker. Haha. Okay. Bingo. Ich würde sagen, es reicht erstmal mit, äh, Skyrim. Das heißt, wir sehen uns demnächst wieder. Wenn ihr noch mehr Videos wollt, schreit's einfach. Hab ich schon erzählt, dass ich 200 kleine Cracker hab als Zuschauer jetzt. 200 Amonente. Krass, oder? Ja, die machen mich jetzt fertig. Ist egal. Ist egal. Levelaufstieg. Auf jeden Fall, 200 Cracker hab ich jetzt abonniert. Das heißt, 200 Mal mehr Trash für euch. Nein, nicht möglich, aber ihr wisst, was ich meine. Ah, den Satz hast du vermisst, ne? Den hast du vermisst. Okay. Dann sehen wir uns und ciao. Oh, Telefon. Ich sage dir, wir les r been.